Besonders sind wir in dem Sinne, wir gehen auf die Kundenwünsche ein. Das kann man halt nur mit Partnern machen, die auch verstehen, was man will. Bei uns steht der Kunde immer an erster Stelle. Wir wollen kundenorientiert arbeiten. Einmal im Verkauf. Das erste Fazit, der erste Anhänger verkauft der Verkauf. Das zweite, dritte, vierte Verkauf der Service. Da kommen wir wieder ins Spiel. Obwartung, Reparaturen, Schweißarbeiten etc. Kein Problem bei uns, im Haus geht alles. Wir haben alle möglichen Werkzeuge, um die Fahrzeuge auch am Laufen zu halten und auch schnelle Lösungen zu haben. Das haben wir natürlich auch wieder einen Vorteil mit Fliegel. Die Ersatzteilversorgung ist nahezu perfekt. Einen oder anderen Tag haben wir alle Teile da, was wir gerade nicht selber auf Lager haben. Bestellen wir am Nachtexpress. Und das ist auch bei Fliegel ein sehr, sehr großer Vorteil, was die Ersatzteile eigentlich immer sofort verfügbar sind. In den Baumaschinentransporte fahren wir seit geraumer Zeit Fliegel, Sattellaufflieger und Anhänger, die individuell bei Fliegel auf uns zugeschnitten worden sind, auf unseren Einsatzzweck. Und ich sage mal, die Fliegel-Sachen, die wir jetzt haben, funktionieren tadellos, weil es zu 100 Prozent unseren Vorstellungen entspricht und die Fahrer damit echt happy sind. Wir sind also, sage ich mal, ihre Babys. Also seit dem 1.2.2022 haben wir den Alexander Lahme bei uns im Betrieb. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Und er ist auch von den Produkten, die wir ihm dann vorgestellt haben, wirklich schon überzeugt. Vom Kippa über Agrarfahrzeuge, Wechselbrückenfahrzeuge oder den normalen Gardinauflieger, Kollmulden. Und geht mit Freude in die Kundschaft, um den Kunden diese Fahrzeuge näher zu bringen. Und wir stehen Ihnen mit Rat und Tat in Anliegen zum Thema Fliegeltrailer zur Verfügung, gerne bei einer Tasse Kaffee.